Hallo Freunde, Range Rover Wohnmobil Camper mit einem eleganten und anspruchsvollen Design, das die ikonische Silhouette des Range Rover mit praktischen Funktionen für Wohnmobile mit erhöhter Dachlinie kombiniert, um zusätzlichen Platz zu schaffen, darunter stabile Dachreling, große getönte Fenster und eine Heckleiter für einfachen Zugang zum Dach. Markante Scheinwerfer und ein markanter Kühlergrill erhalten den unverwechselbaren Range Rover Look, während die Wohnmobilverlängerung am Heck aerodynamisch optimiert ist, um den Luftwiderstand zu verringern. Das Äußere ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und in der klassischen Range Rover Reihe erhältlich. Die stilvolle und dennoch robuste Farbgestaltung des Innenraums des Campers verwandelt Komfort durch hochwertige Materialien wie Lederpolsterung und fortschrittliche Beleuchtungsoptionen. Ausgestattet mit einer kompakten Küche mit Induktionskochfeld, Spüle und Minikühlschrank und einem Essbereich, der in einen Schlafbereich umgewandelt werden kann, verfügt der Camper auch über ein kompaktes Badezimmer mit Dusche und Toilette mit konfigurierbarem Sitz. Reichlich Stauraum und fortschrittliche Klimaregelung. Der Innenraum bietet Reisenden eine komfortable, luxuriöse Atmosphäre. Zu den Hightech-Funktionen gehören ein digitales Armaturenbrett mit integriertem WLAN und ein auf Leistung abgestimmtes Infotainment-System für lange Reisen. Unter der Haube des Wohnmobils Range Rover 2025 wird es wahrscheinlich von einem Hochleistungs-Hybrid- oder V6-Motor angetrieben, der mit einem robusten Allradantrieb, Luftfederung und einstellbaren Offroad-Fahrmodi ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz herstellt. Das Wohnmobil meistert mühelos verschiedenstes Gelände von Autobahnen bis hin zu Offroad-Strecken. Das Getriebe ist für sanftes Schalten ausgelegt und gewährleistet Stabilität und Kontrolle, auch wenn das Zusatzgewicht des Wohnmobils getragen wird. Zu den Sicherheitsfunktionen des Wohnmobils gehören erweiterte Sicherheitsfunktionen wie adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spur-Hightech-Assistent, toter Winkelüberwachung und eine 360-Grad-Kamera für bessere Sicht sowie erweiterte Traktionskontrollstabilitätssysteme und Notbremsassistent, um die Sicherheit auf verschiedenstem Gelände zu gewährleisten. Mit strategisch platzierten Airbags und einer verstärkten Konstruktion bietet das Wohnmobil Range Rover sowohl aktive als auch passive Sicherheit, um seine Insassen zu schützen. Aufgrund seiner luxuriösen Ausstattung und Geländegängigkeit wird der Preis für das Wohnmobil Range Rover 2025 voraussichtlich bei etwa 150.000 US-Dollar beginnen. Optionale Upgrades, darunter eine verbesserte Innenausstattung und zusätzliche Technologiepakete, können den Preis erhöhen. Wohnmobil Range Rover 2025 Die Kombination der traditionellen Eleganz eines Range Rover mit der Funktionalität eines Wohnmobils macht dieses Modell zur idealen Wahl für alle, die Abenteuer suchen, ohne auf Komfort und Luxus zu verzichten. Dieses Modell spricht Reisende an, die ein Premium-Camping-Erlebnis suchen, das sowohl auf der Straße als auch im Gelände problemlos zurechtkommt. Zu einem Premium-Preis, der durch seine Ausstattung und sein Design gerechtfertigt ist, bietet dieses Wohnmobil eine einzigartige Möglichkeit, die Natur in unvergleichlichem Stil zu erkunden. Absatz Abonnieren Vielen Dank.